Die letzten Folgen mit Ash als Protagonist haben nun begonnen. Pokémon Aim to be a Pokémon Master hat nun begonnen und das ist halt eben die letzte Reise, die Ash haben wird, die wir nun sehen werden. Ob ihr jemals wieder zurückkommt, ist eine ganz andere Geschichte, das wissen wir niemals, aber dennoch können wir darüber träumen. Ich werde auf jeden Fall so ein paar Videos über diese Folgen machen, einfach mal auch zum Testen, ob das hier gut ankommt an sich so. Wenn halt eben die neue Pokémon-Folgen starten, würde ich auch dazu gerne Videos machen. An sich will ich mal hier so ein bisschen gucken, weil ich so was Neues mache, auch auf diesem Kanal. Dennoch sollte ich halt nur klar machen, ich möchte auch allgemein für mich selber mit diesen letzten Folgen mit Ash so hier auf diesem Kanal so mit euch gehen. Und das könnte cool werden. Die meisten Folgen könnten halt irgendwie was Besonderes sein, ein paar könnten vielleicht auch langweilig sein, keine Ahnung. Aber wir werden sehen, wir werden es einfach mal sehen und viel ist jetzt erstmal nicht passiert. Aber was ich cool fand, ist nämlich in der Folge, das finale Opening von diesem Pokémon-Anime allgemein für mit Ash als Protagonist, war nämlich interessant. Wir haben quasi ein neues Opening bekommen, das aber eigentlich das erste Pokémon-Opening ist. Das erste aus dem Jahr 1997. Das haben die einfach, ich weiß nicht, ich glaube, die es irgendwie remastered, geremaked haben, keine Ahnung. Aber es ist das erste Opening und das müsste man eigentlich so bedenken, dass die wahrscheinlich in Japan ziemlich krass geweint haben. Weil das bestimmt so ein Nostalgie-Kick war. Bestimmt, ich sage es euch, ganz klar, Leute. Hoffentlich macht man das auch irgendwie in Deutschland so, weil, ganz ehrlich, jetzt hat das so natürlich nicht gekickt, weil das japanische Opening ist ja nicht für uns so da gewesen, sondern wir hatten ein anderes. Wäre cool, wenn das auch in Deutschland so wäre. Wäre cool. Ob es passiert, keine Ahnung. Je nachdem, Leute. Ash und Pikachu sind in dieser Folge eigentlich nur unterwegs. In irgendeinem Ort. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, in welcher Region die sind. Es ist dann auch so, wo Ash sich gerade befindet und Pikachu, dort sind irgendwie verschiedene Pokémon aus verschiedenen Regionen. Also, eigentlich kann es nicht Yoto sein, es kann auch nicht Kanto sein, es kann auch nicht Höhenregion sein, keine Ahnung. Vielleicht ist es doch Yoto, vielleicht ist es doch Kanto, vielleicht ist es irgendetwas anderes, wie wir es auch gar nicht kennen, keine Ahnung. Jedenfalls ist es irgendwie komisch, aber ich glaube, das soll auch keine Rolle spielen in diesen Folgen. Allgemein haben die beiden aber wirklich Spaß auf ihre kleine Reise und da gab es auch so lustige Weggabelungen. Und Pikachu greift Ash dann immer wieder an, was auch ziemlich lustig war. Daraufhin traf dann auch Ash zum Beispiel auf einen Kokona, das er aufgefangen hat. Und diese hat sich dann in einem Bebuff entwickelt und Ash hatte irgendwie da voll Angst gehabt, dass er jetzt angegriffen wird, was aber tatsächlich nicht passiert ist. Ich hätte jetzt so gedacht, so krass, der könnte jetzt dieses Pokémon einfach mal fangen, aber natürlich hat Ash kein Interesse daran gehabt. Dennoch sahen wir in dieser Folge auch Professor Eich sowie Ash Mutter, bei denen halt in Kanto, also vor sich zu Hause. Und es ist nämlich so, diese wichtige Szene war nämlich etwas Cooles, denn diese gab es nämlich schon einmal. Ich glaube, zum Ende der Kanto-Region bzw. Indigo League, da gab es das ebenfalls mal, wo dann Professor Eich auch mit dem Fahrrad dahin kam. Und ihr habt ja hier so ein Bild, das sah genauso aus. Ich weiß nur nicht mehr, welche Folgen das war. Und jetzt haben die einfach genau nochmal so gemacht. Das ist irgendwie schon cool gewesen. Aber macht mich auch schon ein bisschen traurig, so. Wenn ich dann wieder diese Bilder sehe von den Anfangsfolgen, dann so. Ach man, Digga. Sonst, als Ash und Pikachu sich ein bisschen ausgeruht haben, so war einfach Mauzi aus dem Nichts einfach da und guckt die beiden blöd an. So, allgemein kann man sagen, ja, Team Rocket hat Pikachu wieder geklaut. Und jetzt kommt es etwas, was in dieser Folge wirklich cool war. Ash rotiert nämlich mit seinen Pokémon in diesen elf Folgen. Also er hat, glaube ich, Folge zu Folge vielleicht, das wissen wir ja nicht. Aber ich denke mal, Folge zu Folge wird er wahrscheinlich andere Pokémons haben. Das ist cool. Um Pikachu zu retten, ruft der Ash nämlich erstmal Uhafnia. Daraufhin kommt dann Donphan wieder zurück. Und dann hat Ash auch noch Gewaldro im Team. Ey, ich habe Gewaldro so geliebt, wirklich. Das ist ein geiles Pokémon. Und feiere ich ab. Schreibt mal in die Kommentare, welches Pokémon ihr euch wünschen würdet, dass ihr mal auf seiner Reise wieder mitnehmt. Ich würde mich schon freuen, wenn Ash so Skogro wieder zurückbringen würde. Das wäre schon cool. Denn auch dadurch, dass Team Rocket wegfliegt, also dass sie einen gerettet haben, Pikachu, stoßt halt eben Team Rocket mit Latias zusammen. Und naja, da ist es halt nämlich so gewesen, dass es sich dann verletzt hat. Und Ash hat es dann auch gerettet, nachdem er es gesehen hat. Wobei man dennoch sehen konnte, wie Ash Barmelin auch noch im Team hatte. Das Kind in mir will schreien. Dieses Latias wollte sich zuerst natürlich nicht helfen lassen. Wahrscheinlich hat es so seine Probleme mit Menschen. Aber ich denke, dass die Macher es irgendwie bewusst gemacht haben. Also wegen dieses eine Films, weil ja dieses Latias und Ash hatten ja auch so eine Bindung gehabt. Und irgendwie hat man aus irgendeinem Grund diese Bindung ebenfalls irgendwie da gemacht. Ich weiß nur nicht, aus welchem Grund. Es war aber ziemlich cool, muss man dennoch sagen. Dennoch hat es dann irgendwie geschlafen. Wie gesagt, sehr viel ist nicht passiert. Es ist halt nämlich so gewesen, nachdem es aufgewacht ist, so war Latias nicht gerade dankbar. Es war irgendwie ängstlich und hat irgendwie Angst und dachte irgendwie, man will ihm was antun. Dieses Latias hat wahrscheinlich irgendwas Schlimmes erlebt. Könnte ich mir vorstellen, da es irgendwie Menschen nicht trauen kann wahrscheinlich. Was auch verständlich ist, ne. Ist ja auch klar, es gibt ja Menschen, die klauen, versuchen Latias zum Beispiel als legendäres Pokémon zu klauen oder zu entführen. Und es ist klar, dass es immer auf der Flucht ist. Das kann man natürlich so nachvollziehen. Aber danach wurde es halt irgendwie auch von Team Rocket entführt. Und so wie Ash ebenfalls wurden halt eben die beiden jetzt irgendwie aufgesaugt. Ab da gewann Latias tatsächlich Zutrauen an Ash. Was ziemlich cool war. Denn die waren da so eine Glaskuppel und dort kam irgendwie dann Eis rein. Also ich glaube Team Rocket wollte die beiden irgendwie einfrieren. Ja, das war halt wirklich so. Und Pikachu nutzte Donnerblitz, damit die Glaskugel zerstört wird. Und Ash versuchte danach halt eben Latias aufzufangen. Wobei Latias dann Ash irgendwie gerettet hat. Und nachdem sich alles beruhigt hat, ging Latias weg. Und da war dann nichts mehr zu machen. Ich bin ehrlich, ich hab schon ein bisschen mehr erwartet. Ehrlich. Aber das ist nicht schlimm. Aber für den Anfang fand ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen in dieser Folge. Man kann sich so gewisse Dinge vorstellen. Wenn man jetzt so dieses Bedenknis hat, so was man jetzt in den nächsten Folgen bekommen wird. Ash rotiert mit seinen Pokémon, trifft auf alte Kameraden. Finde ich das gar nicht mal so schlecht. So wenn er wirklich so krass rotiert. Ich denke jetzt nicht, dass er alle Pokémon im Team haben wird. Aber so die wichtigsten. Wenn ich ehrlich bin so. Ich hoffe wirklich, dass da so richtig coole Sachen vorkommen werden. Und klar würde ich mir auch sicher sein, dass Ash vielleicht gar kein neues Pokémon mehr fangen wird. Was ziemlich schade wäre. Aber so ist das dann wahrscheinlich. Es ist aber cool so, wenn Ash irgendwie auf so andere Sachen nochmal begegnet. So wir haben auf jeden Fall schon mal die Preview zu der nächsten Folge bekommen. Und dort kriegen wir halt schon mal zu sehen, dass Ash erstmal auf Misty trifft. Daraufhin sehen wir schon mal, was der Pokémon Ash halt eben hat. Da war es nämlich, dass wir Kanimani wieder sehen werden. Dort kriegen wir wieder Bauts zu sehen. Und Krebskorps kriegen wir ebenfalls zu sehen. Also es wird auch ziemlich cool. So Kanimani auch endlich wieder zurück im Anime. Darauf kann man sich nur freuen. So wirklich. Bauts natürlich auch. Auch ziemlich süß eigentlich. Aber vor allem Kanimani, Bruder. Kanimani. So das ist dann halt so die Sache für sich. Also ich denke mal so nächste Woche da Misty. Dann kommt in der dritten Folge wahrscheinlich Rocco. Und ich bin mir echt sicher, dass wir wahrscheinlich noch andere Charaktere wiederbekommen werden. Wahrscheinlich Maike könnte auch wiederkommen. Vielleicht. Sehr wahrscheinlich. Das ist nicht unwahrscheinlich. Also es könnte cool werden. Und ich habe so richtig Hoffnung. Aber nicht nur zu den Pokémon oder zu den Charakteren würde ich mich freuen, dass er die wiederseht. Sondern so ein gewisses Pokémon wäre auch ziemlich cool, wenn wir das auch wiedersehen würden. Ich rede hier gerade nämlich über Taubos. Taubos wurde lange nicht mehr gezeigt. Denn es wäre richtig cool, wenn es zum Ende, vielleicht auch zu der letzten Folge in irgendeiner Art und Weise, Ash Taubos wieder begegnen würde. Es wäre aber auch cool, wenn Ash irgendwie Richie wieder begegnen würde. Bruder. Ash gegen Richie. So eine Art Remage. Das wäre cool. Eure Meinung ist gefragt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu diesen Folgen erwarten könntet. Und freut ihr euch, dass Ash irgendwie geht? Oder findet ihr das dennoch immer noch schade, dass er jetzt aufhört? Und wollt ihr, dass er bleibt? Gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann zum Teil sagen, wenn euch noch dieses Video gefallen hat, dann würde es mich hier natürlich immer sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich noch einmal zwei Videos für dich. Und den Dings kannst du immer gerne ein Abo da lassen. Und den Dings kannst du immer gerne ein Abo da lassen.